So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaft zum Leiter 2019. Heute fahren wir mal den hier rüber und können das Feld langsam, na richtig anfangen zu gut machen will ich nicht, weil ich weiß nicht wie schnell er fährt. Ich glaube, er fährt auch so seine Zehenkamera. Mal gucken, wie schnell der Helfer hier fährt. 15. Na ja, anfangen kann er schon mal. Wir holen uns dafür schon mal unser Hühnerfutter hier. Wir holen uns hier einfach alles ab. Das ist jetzt die Aufgabe des Bards. Und das Feld dort oben wird wahrscheinlich fertig werden. Wir haben es 17.05 Uhr. So, das ist so viel sage ich schon mal zu. Ich werde heute noch VR spielen. So, die Hühner sollen ja produktiv werden. Deswegen, na ja, fast 180 Grad. Also kann nichts draus werden. So, die erste Lieferung hiervon. Oh, sieht das schön bunt aus. Mein Vater würde sich freuen, hat nämlich Hühner zu Hause. Also, wie läuft denn das jetzt hier ab hier? Ähm, Hühner. Produktivität 20%. Nächstes Tier. Wir werden, wie gesagt, das nächste Futterchen holen. Können wir uns auch irgendwie hier in den Palettengraben holen und alles hier rüberfahren. Aber mit dem Auto geht es ein bisschen schneller hin und her fahren. Ablernen, ja, ahn. Und, äh, ja. Ist Platz. Ist Platz. Da manchmal keine Sorgen. Aber der Tank ist Platz. Ach, das ist so ein Bug. Genau. Wenn man zurücksetzt das Fahrzeug. Ich habe nämlich gerade den hier zurücksetzen müssen. Ist der Tank viel schneller leer. Das heißt, wir müssen mit diesem Fahrzeug irgendwann mal gleich tanken gehen. Das erste Mal in dem Spiel. Ja, eine spannende Sache oder nicht, glaube ich, eher nicht. Aber...